Hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem Video komplett außer der Reihe. Ich wollte euch aber gern die von euch geklippten Clips aus meinen Twitch-Streams 2021 zeigen. Es ist erst September, ich weiß, aber aktuell ist Twitch-Pause auf unbestimmte Zeit und ich glaube, dieses Jahr werden so oder so nicht mehr so viele Clips, wenn überhaupt, dazukommen. Deswegen hier mal kurz ein paar Clips aus den verschiedensten Spielen, die ich im Stream dieses Jahr gespielt habe, aneinandergereiht, damit die nicht verloren gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Viel Spaß mit diesem Video und lasst mir mal in den Kommentaren eine Info da, ob ihr sowas cool findet oder ob ihr sagt, sowas hat hier auf dem YouTube-Kanal gar nichts zu suchen. Danke und viel Spaß. Bye-bye. Wir suchen Ausgang. Ja, der ist hier. Und ich warte, ob das nöt... Ja, der ist es nöt geworden hier vor mir, das Totem. Geil, mach's. Oh, das ist von dem... vom Übungstutorial, glaube ich. Übungstutorial. Alles klar, Tina. Hallo, schönen guten Tag. Willkommen bei Best Burger. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern so ein Menü hier, wie es hier so links neben mir steht, so ein Menü hätte ich gerne. Das können Sie sich gleich mitnehmen, das ist gerade frisch-färisch gemacht worden. Danke. Ich könnte nie im Leben RP spielen. Danke. Ich nehm's mir mal mit. Oh. Ich hab zweimal hintereinander gedrückt, das ist ja super. Das sah so gut aus. Oh, das war knapp. Okay, ich hab's. Ja, es kann sein, dass ich stolper, weil ich so... so ruckweise gelaufen bin. Aber jetzt hab ich's geschafft. Oh. Oh. Ich hab den Bären gesehen. Ich will dann rechts rumkommen. Zini möchte das nicht. Zini sagt nein. Wuhu. Wuhu. Das hab ich nicht. Ich hab den Bären gesehen. Oh. Okay. Wir sind wach, aber Xeni ist, glaub ich, auch wach. Also, es ist nicht so einfach, Blüten zu treffen. Ja, Mann. Entschuldigung, ey. Wenn du hier um die Ecke geschn... Du bist um die Ecke geschnickt gekommen. Ey. Ey. Und Drink and Drive. Oder wie war das? Aber... Ich hab mich da gerade von meiner besten Reitkunstseite gezeigt. Da ist die Brücke nicht getroffen und da ist leider ein Typ umgeritten. Es fehlt nur noch irgendein Bärangriff oder so. Oder ein Pruma. Dann läuft der Tag heute perfekt für mich. Dann läuft der Tag heute perfekt für mich. Tiki-Pack. Das ist übrigens so... Oh. Oh! Oh! Gebt mir die Brust. Nein! Wir haben den Wichtel gegessen. Da ist der, okay. Kann ich einen hinten nehmen und ihn blockieren. Was macht denn da? Ähm. Vielleicht sieht er mich ja nicht. Okay, er hat mich nicht gesehen. Ich bin nicht erschrocken. Äh. Äh. Leute. Ich bin Pro. Nein. 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 Das ist falsch. Nein. Nein. Ich will das nicht herstellen. Ich wollte die werfen. Ich habe die falschen Tasten gedrückt. Ich renne einfach. Achso. Und deine Katze hatte keinen Bock auf. What? Habt ihr das gesehen? Ich habe geblendet und ich habe jemanden von der Schulter gerettet. Habt ihr das gesehen? Das ist ja wohl unglaublich. Ich bin ganz, ich bin unauffällig. Ich bin ganz, ich bin ganz, ich bin ein... Ich bin ganz, ich bin ganz, ich bin ganz. Was geht mit ihren Haaren nicht? Das ist doch kein offizielles Outfit. Was ist das? What? Hier ist noch jemand. Ich bin gerade leicht in Panik. Ich liege auf dem Boden und es regnet. Ja, pass auf. Ich komme jetzt einmal über dich drüber gerannt und du sagst, wie weit die hinter mir sind, damit ich weiß, wie viel Zeit ich vielleicht habe. Okay. Achtung. Ich sehe dich. Ich renne. Wie weit sind die hinter mir? Oh Gott. 4,5 Sekunden. Du hast nicht zwei Bären unten wollen. Das ist nichts. Ich hab's nicht gewusst, ich hab's nicht gewusst.